Die Hilfsbereitschaft in Österreich ist außerordentlich groß. Das merkt und betont natürlich auch die Politik immer wieder, die europaweit in seltener Einigkeit ist und Flüchtlingen aus der Ukraine in der EU recht unkompliziert Schutz bietet. Und auch dazu bin ich jetzt mit der österreichischen Regierungsspitze verbunden. Ich begrüße Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP und Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen. Guten Abend und danke, dass Sie beide Zeit haben für uns. Guten Abend. Guten Abend. Herr Bundeskanzler, wir müssen ganz aktuell beginnen, denn Sie sind in Paris bei einem Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Und zwar in Schloss Versailles. Das kennen wir alle, wo nach dem Ersten Weltkrieg Frieden geschlossen worden ist. Aber heute müssen Sie dort über Krieg reden. Ziemlich bedeutungsschwer. Also es geht bei diesem Gipfel vor allem darum auch, wie man die Abhängigkeit von russischer Energie vermindern kann. Was muss heute passieren, dass dieser Gipfel ein Erfolg für Sie ist? Na, zum einen ist gerade der historische Ort Versailles wichtig, auch als Signal. Der Frieden ist das, was erreicht werden muss in der Ukraine. Und es braucht von europäischer Seite die komplette Unterstützung für diesen Prozess. Das läuft auf vielen Ebenen. Auf der einen Seite mit allem, was uns zivil zur Verfügung steht, zeigen wir der russischen Föderation, dass wir einen Angriffskrieg nicht akzeptieren, dass das Leid der Menschen in der Ukraine aufhören muss. Und auf der anderen Seite beraten wir uns hier, wie wir auf die Zukunft der Ukraine Hilfe geben können, sie unterstützen können. Humanitäre Hilfe, es braucht humanitäre Korridore jetzt. Die Städte, die beschossen werden, sind unter einer unglaublichen, furchtbaren Last. Es trifft Frauen, Kinder, vulnerable Gruppen. Die zu Pflegenden kommen nicht rechtzeitig in die Schutzräume. Eine katastrophale menschliche Situation. Und auf der anderen Seite braucht es auch das Signal an die Ukraine, dass man immer Frieden ist. Die Union an ihrer Seite steht. Wir gemeinsam darauf schauen werden, dass wir auch die Ukraine wieder aufbauen können. Herr Vizekanzler, man soll jetzt natürlich nicht Krisen miteinander vergleichen, aber mir ist heute dieses Wort von Mario Draghi, früher EZB-Chef, wieder in den Sinn gekommen, der bei der Finanzkrise gesagt hat, whatever it takes, man werde alles tun, was nötig ist, um dieser Krise beizukommen. Gilt das auch in diesem Fall? Macht Österreich das auch? Also konkret gefragt, gibt es irgendeine Grenze für Sie bei der Aufnahme von Flüchtlingen? Das haben wir schon einmal diskutiert. Und die Europäische Union ist ja außerordentlich geschlossen, das erste Mal auch in Flüchtlingsfragen. Und dabei soll es auch bleiben, es wird von keinen Quotierungen gesprochen oder irgendwas in der Art. Im Gegenteil, es wurde die Richtlinie aktiviert, die genau vorübergehend, also in Wahrheit auf ein, zwei Jahre, Schutz für alle Kriegsvertriebenen und Flüchtlinge bietet. Und mit allen Möglichkeiten, auch Arbeitserlaubnis etc., das mal eine gute Sache. Und da werden wir uns auseinander dividieren lassen, nachdem das mal so gut gelungen ist. Europa und Österreich haben die Türe geöffnet, Herr Bundeskanzler. Und das ist ja doch eine politische Wende. Gerade die ÖVP ist ja früher immer für einen doch eher harten Kurs in der Migration gestanden, wollte je nach Herkunft weniger bis keine Flüchtlinge aufnehmen. Was hat sich denn geändert? Na, zum einen haben wir immer davon gesprochen, dass es hier um Nachbarschaftshilfe geht. Wenn Sie einen Zirkel auf einer Karte um Wien herum einstechen und einen Kreis ziehen, dann kommen Sie, wenn Sie einen Radius nehmen, von 500 Kilometer schon an die Grenze der Ukraine. Bregenz ist von Wien aus viel weiter weg. Wir haben eine gemeinsame Geschichte. Und es gilt jetzt einfach zu helfen. Und die Hilfsbereitschaft ist, so wie der Vizekanzler schon gesagt hat, außergewöhnlich beeindruckend. Wir haben 25.000, bis jetzt 25.000 Privatquartiere zur Verfügung gestellt bekommen von den Menschen in Österreich, weil sie helfen wollen, weil sie unsere Nachbarn sind, die in Not sind. Es geht um Frauen, um Kinder. Und es geht auch darum, dass wir in der Regierung systemisch zusammenwirken. Was meine ich damit? Es braucht jetzt das Innenministerium, es braucht die Integrationsministerin, es braucht den Arbeitsminister, die hier rasch für brauchbare Lösungen sorgen für die Menschen, wenn sie ankommen. Das heißt, für die Kinder einen geregelten Alltag. Es werden jetzt schon und haben sich auch schon ukrainisch sprechende Lehrerinnen, Lehrer, Menschen zur Verfügung gestellt, die mit den Kindern arbeiten wollen. Das heißt, also die Hilfsbereitschaft ist das, was Österreich in dieser Frage gerade auszeichnet. Und es ist für den Vizekanzler, es ist für mich als Bundeskanzler ein außergewöhnliches Privileg, dass wir hier in unserer Funktion tatsächlich auch das jetzt verkünden können, dass so viel Hilfsbereitschaft möglich ist. Ich habe Ihnen beiden jetzt schon auch den Stolz auf die Österreicherinnen und Österreicher durchaus angesehen und angehört, weil die Hilfsbereitschaft so groß ist. Und Sie als Bundesregierung nehmen jetzt noch einmal einen anderen Hebel in die Hand. Die Bundesregierung wird sich bei Nachbarn in Not finanziell beteiligen und zwar ordentlich, oder? Ja, wir haben in unserem Fall, wir sind ja hier in Wien. Vielleicht nacheinander, danke. Ja, Entschuldige. Bitte, Herr Bundeskanzler, aber ich sage gerade, wir haben gerade den entsprechenden Ministerratsvortrag unterschrieben. Das würden wir sehr gemeinsam sagen. Wir haben gerade einen Ministerratsvortrag abgefertigt, der vorsieht, dass die Mittel für Licht ins Dunkel, die hier ja von den Privaten gespendet werden, verdoppelt werden. Das organisieren wir über den Auslandskatastrophenfonds. Und das ist deshalb, glaube ich, ganz beachtlich auch, weil vorher die Jahreszahlen genannt wurden, 56, 68, aber zu Beginn der 90er war eben der Fall Jugoslawien und Nachbarn in Not gibt es eben seit 30 Jahren. Und diese Verdoppelung ist jetzt mal anstehend. Herr Bundeskanzler, für Nachbarn in Not eben, woher kommt dieses Geld jetzt? Aus welchem Topf kommt dieses Geld? So wie der Vizekanzler schon ausgeführt hat, aus dem Auslandskatastrophenfonds, das kommt zusätzlich und wird zusätzlich zur Verfügung gestellt. Und eines auch hier gesagt, Nachbarn in Not ist eine großartige Initiative des ORFs, aber das wirklich wichtig ist, sie wird eben getragen von den Österreicherinnen und Österreichern. Und es ist eine unglaubliche Hilfsbereitschaft. Und von der kleinsten Spende bis zur Großspende, alles ist willkommen. Ein großes Danke von unserer Seite. Und ja, wir werden leider die Nachbarn in Nothilfe noch weiter brauchen. Ich bin heute neben dem kroatischen Ministerpräsidenten gesessen. Und wir haben in einer Vorbesprechung zu dem Gipfel heute auch darüber gesprochen, was gerade mit der Ukraine los ist, was das für die Menschen bedeutet. Und der Kroate sagt, es ist so wie bei uns, so wie zu unserer Zeit zum Bürgerkrieg. Und das, was für die Kroaten, für die Bosnier, für die Serben, genauso aber für die Slowenern jetzt gerade, alles sich wieder abspielt vor ihren Augen, ist, dass Nachbar in Not da war. Gerade für Bosnien-Herzegowina, das so in Bedrängnis geraten ist. Aber auch eben für die Kroaten wie für die Slowenern. Es wiederholt sich leider die Geschichte. Wir müssen endlich begreifen und lernen, dass Krieg immer das falscheste Mittel ist, um Politik zu machen. Das ist der Grund, warum wir so harte Sanktionen gegen Russland beschlossen haben. Auch um die österreichischen Interessen, die Interessen der Menschen in Österreich zu schützen. Das ist schwierig genug für alle Beteiligten. Das Wichtigste ist, dass jetzt der Frieden wieder in den Mittelpunkt des Handelns gestellt wird. Dass wir vor allem diese sicheren Korridore für die Menschen erhalten. Und damit eben auch Hilfe von Nachbarn in Not tatsächlich jetzt in die belagerten Städte kommen kann, wo gerade Frauen, Kinder, Ältere so besonders in Bedrängnis sind. Herr Bundeskanzler, Herr Vizekanzler, danke für Ihre Zeit und alles Gute. Schönen Abend. Dankeschön.